Achtung, Achtung, Dome ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Bitte halten Sie Ausschau. Sie ist gemeingefährlich, kriminell und schlägt schnell. Ja, hat sich gereimt. Sollte sich gar nicht reimen, aber hat sich gereimt, ja. Und damit herzlich willkommen zu der nächsten YouTube-Kacke, eure... Reaction. Also meine Reaction, euer Vorschlag. Das ist purer Folter. Hat der sie noch alle... Vielleicht will ich aber hier ein Häufchen mitten auf dem Tisch... Warte mal, das müsste von Fast and the Furious sein, ne? Oder? Ne, Tracy. Warte mal, das müsste so vom Körperbau her, könnte das Wind Diesel sein und das sieht ein bisschen aus wie... Ne, warte mal, ne, das ist Wind Diesel. Das müsste Wind... Könnte aber auch Train the Walk Johnson sein. Ja, gute Frage, ne? Doch, das ist Wind Walk Johnson. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Ich sag mal, Alter, du warst schon auf Hände dabei, du hast deine Hosen geschissen. Das Ding, was ist denn, bitte? Da gehst du drin und machst ein Tänzchen und steppst jetzt mal. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Mund auf! Willst du irgendwelche schlagen, oder was? Du bist so, Alter, zum Verschlüssel! Elektroschock, aber da warte mal! Das 1&1 Smartpad. Oh, das ist doch gefährlich, Mann! Das hat der doofe Wärter jetzt davon. Ich setz mich der Gefahr aus, ich bin der Bruder. Das kenne ich sogar mit den doofen Wärtern. Das war eine richtig geile Folge, und zwar, die hat auf der Straße irgendwas verkauft. Ehe geil, aber die hat sich dafür nie gemeldet und sowas. Und ist natürlich direkt hier ins Gefängnis gekommen, ne? Dann hat der Wärter hier die ganzen Sachen rausgeholt, ne? Und die musste ja die Schokolade abgeben. Die hatte ja nur Schokolade da. War auch gar nicht gespielt. Das war so eine Fremdscham-Folge. Und jetzt hat er einen Aufstand an der Backe. Schokolade! Schokolade! Das ist so cool! Ah, das ist so cool! Aua! Witz, ne? Oh! Wir zwei, wir gehen den Weg deines Erfolges von Tag 1 gemeinsam. Aua! Aua! Stellt euch mal vor, es ist so eine Revolte irgendwie gerade im Gefängnis. Da ist ja ein Wärter, ne? Kommt eure Mutti so, Ivo, mein Sohn, ich hab dir einen Kuchen gebacken. Da würd ich auch ja mal denken, Ivo, siehst du das gerade? Ich hab hier gerade zu tun, ne? Tuff! Oh ja, gib mir mal ein Stück! Oh, schmeckt gut! Hau an, ich bin doch eh, ne? Hey, bleib hier und hör deiner Mutter zu, wenn sie mit dir redet! Oh, jetzt gibt's Poch! Von Carsten Stahl! Gibt's keine Sondernehmung! Der Einzige, der vom Beckenrand schminkt und nur aus dem Notfall gründen bin ich! Warum musste man das an der Stelle machen? Hätte man nicht einfach, warte mal, hätte Dumme, das wollte ich, genau das, äh, war geplant von mir. Hätte nie Dumme einfach neben, neben ran, äh, nebenher laufen können? Ah, man muss halt drüber springen! Ist das stylischer! Mach ich auch immer! Wenn ich, äh, viele Leute nur stattsehe, ne, anstatt an den Leuten vorbeizulaufen, springe ich über die drüber. Gimm mal! Hau! Ah, the Mut Eğer, dass du nicht abgehörn wirst, dafür bist du von mir schon meine eigene... Carsten! Caitlyn Stahl! Was ist hier los? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus... Was ist denn los? Wattest du schon ein Schöpter? Schokolade! Schokolade! Geil, Schokolade! 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 Schöne Uhr! Was ist denn hier passiert? Was ist das denn? Wie siehst du denn schon wieder auf? Cool gemacht, ey! Richtig geil gemacht, ey! Ja! Übrigens, ich glaube, Leser Lukas, ich glaube, er hat mal mit Domo zusammen ein Video gemacht, war sehr interessant, die hat ja auch gesagt, die hat auch mega abgenommen, das Video ist schon ein bisschen älter, ich glaube, zwei Jahre alt, sie hat auch da ein Video gesagt, also ein Interview gesagt, sie würde gerne wieder sowas machen, also wenn sie mal irgendwann wieder gefragt wird. Aber mal gucken, vielleicht sehen wir die ja wieder auf der großen Bühne! Und vielleicht spielt sie ja eine andere Rolle! Vielleicht spielt sie diesmal Marianne! Und die Marianne spielt diesmal Domo! Man weiß es nicht! Oder es kommt wirklich bald, Fasting with Furious, Returned to Domo! Ich weiß doch nicht! Irgendwie ein neuer Film raus mit Domo! Ich weiß es nicht! Und da is sie den ganzen Tag Schokolade! Und das war der ganze Film! Ja, ich weiß, ich mache spannende Filme! So spannend sind ungefähr meine Reactions! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Guckt unbedingt das Original an! Wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt! Bis dann, haut rein und tschüss!